Ein deutliches Plus für die FPÖ heute, mehr als 13 Prozentpunkte hat man zulegen können. Man konnte größere Gemeinden wie Lustenau sogar umfärben. Lustenau ist wieder blau. Woran liegt das? Ist das heute ein Wahlsieg von Christoph Pitschi und der Vorarlberger FPÖ? Oder ist das der Bundestrend und färbt hier Herbert Kickl und die Bundes-FPÖ positiv auf Vorarlberg ab? Sowohl als auch. Es ist klar, dass auch ein Rückenwind ein Politischer da ist aus Wien. Da sind wir dankbar und das ist gut so. Mit den tollen Ergebnissen vor wenigen Tagen, das Herbert Kickl vorgegeben hat, hat man natürlich auch gut Stimmung gemacht. Das ist eine Sache und die andere Sache ist, dass Christoph Pitschi einen sehr engagierten und vor allem einen sehr seriösen, tiefgehenden, sachpolitisch dominierten Wahlkampf gemacht hat. Beides wird dazu beigetragen haben mit der guten Arbeit der FPÖ in den letzten fünf Jahren und einer eher schlechten Bilanz, wie ich es sehe, der schwarz-grünen Regierung. Ist das alles zusammen ein Ergebnis, das heute bei der FPÖ gelandet ist? Herr Gorbach, Sie haben jetzt schon den Kurs von Christoph Pitschi angesprochen. Er ist ja auch als Liste Christoph Pitschi angetreten. Wie sehr unterscheidet sich denn Christoph Pitschi und die Vorarlberger FPÖ auch von der Bundes-FPÖ? Inhaltlich nicht. Christoph Pitschi trägt die Sachargumente etwas moderater vor. Er ist ein Wirtschaftler, sieht das oft viel pragmatischer als andere. Und mir gefällt dieser Stil sehr. Ich wage zu behaupten, dass ich in meiner zehnjährigen Regierungszeit im Vorarlberg einen ähnlichen Stil an den Tag gelegt habe. Und deshalb kann ich nur sagen, weiter so. Und einige andere Parteien werden jetzt halt Kommentare lesen müssen, wie der vor kurzem erschienene von Konrad Paul Lissmann, Die Kunst des Verlierens. Ist das jetzt ein Vorzeichen Ihrer Meinung nach für Schwarz-Blau in Vorarlberg? Wäre das die logische Koalitionsvariante nach dieser Wahl? Schauen Sie, ab 73 gab es, ab 74 gab es eine bürgerliche Koalition in Vorarlberg zwischen ÖVP und FPÖ. Zehn Jahre davon durfte ich mit dabei sein. Und diese fast 40 Jahre haben Vorarlberg gut getan. Es ist aufwärts gegangen. Die letzten zehn Jahre wurden sehr beeinflusst von grünen Ideen und Verhinderungspolitik, die weder den Wirtschaftsstandort Vorarlberg noch die Entlastungsnotwendigkeiten im Verkehr zum Beispiel genützt haben und etwas gebracht haben. Das war eine eher aus meiner Sicht düstere Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass die bürgerliche Koalition in Zukunft das ist auch der Wählerwille, glaube ich, dass die wieder die Sache auf Kurs bringt. Wie sehen Sie denn die persönliche Ebene zwischen Markus Wallner und Christoph Pitschi? Könnte das funktionieren? Wie verstehen sich die beiden? Naja, da hat es schon ein paar Schallmützel gegeben, die ausgetragen wurden. Aber in der Politik darf man nicht überempfindlich sein. Man muss auch immer die jeweilige Rolle verstehen, wie man überhaupt bei Konflikten versuchen sollte, sich in die Rolle des Anderen einmal zu versetzen. Christoph Pitschi war in Opposition. Da muss man etwas deftiger, kräftiger sein in der Ausdrucksweise. Markus Wallner als Landeshauptmann war da auch nicht immer ganz simperlich. Also ich glaube, man sollte nicht zurück, sondern nach vorne schauen, in eine gute Zukunft für Vorarlbergs Wirtschaft, für Vorarlbergs Gesundheitswesen, für die Wohnungssituation und zusammenarbeiten, die Hemddärmel hochkrempeln und los geht's. Was für Auswirkungen könnte denn so eine schwarz-blaue Koalition in Vorarlberg auch auf Bundesebene Ihrer Meinung nach haben? Es hat schon einmal eine positive Auswirkung gehabt. Im Jahr 1999 durfte ich als Spitzenkandidat, also 1999, durfte ich als Spitzenkandidat das beste Ergebnis bisher, das wird heute Gott sei Dank übertroffen mit 27,4 Prozent erringen und erstmals in der Geschichte Vorarlbergs die absolute Mehrheit der ÖVP knacken. Das hat schon gut getan. Und damals war ein Monat später die Nationalratswahl im Oktober 1999 in Wien und damals hatte die FPÖ bis jetzt vor kurzem auch ein bisher unerreichtes Ergebnis mit 26,9 Prozent und so gesehen wird das schon auch ein bisschen Signalwirkung haben. Und ich darf auch feststellen, hier in Vorarlberg hat man wie auf Bundesebene von einer Richtungswahl gesprochen. Ja, jetzt hat der Wähler entschieden, jetzt wissen wir, welche Richtung er will, also gehen wir sie. Vielleicht noch abschließend auch zu der ÖVP. Die ÖVP hat zwar verloren, rund fünf Prozentpunkte, aber weniger, auch das muss man zusagen, als in den Umfragen prognostiziert wurde. Da war teilweise sogar von einem Kopf-an-Kopf-Rennen die Rede. Im Endeffekt ist der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ jetzt doch knapp 10 Prozent, sogar etwas mehr. Woran liegt es, dass die ÖVP jetzt verglichen zu den Umfragen etwas stärker abgeschnitten hat? Ist diese Strategie von Markus Wallner hier in Kopf-an-Kopf-Rennen herbeizusagen aufgegangen? Also erstens, ich halte mich an die alte Politikerweisheit. Umfragen sind wie Parfüm. Man sollte daran riechen und schnuppern, aber niemals trinken. Ich habe das nie so geglaubt. Ich habe auch bei meinen internen Prognosen immer einen deutlicheren Abstand vorhergesagt zwischen ÖVP und FPÖ. Ich habe aber auch vorhergesagt, die FPÖ wird sich fast verdoppeln oder sogar verdoppeln, was ja gelungen ist. Und die ÖVP wird deutlich verlieren. Ich darf schon erinnern, obwohl heute Abend sich wieder alle als Sieger sehen werden und bin schon gespannt, wie das argumentiert wird, dass es das historisch schlechteste Ergebnis der Landes-ÖVP ist überhaupt. Also ja, es ist natürlich nicht so, wie es vorausgesagt war. Das ist auch okay. Ist, glaube ich, eine gute Basis für eine zielstrebige, gute Zusammenarbeit der bürgerlichen Parteien. Und die Strategie, um auf Ihre Frage noch zurückzukommen, Die Strategie von Markus Wallner war die einzig richtige, nämlich es geht um alles. Wollt ihr wirklich die totale Veränderung oder wollt ihr nur eine Veränderung in der Richtung? Also blau, würde ich jetzt meinen, ist eindeutig mit einem Auftrag versehen, etwas zu verändern im Lande, etwas vorwärts zu bringen. Ich erinnere mich da auch in einem Bereich, in dem ich halt sehr firm und auch verantwortlich war, Straßenbau, Verkehr, ich habe noch plakatieren lassen, bauen statt stauen, die Grünen umgekehrt, die haben lieber Stau und der Stau muss im Vorarlberg aufhören. Und ganz zum Schluss noch, Sie kennen den Christoph Pitschi, ja gut, was ist denn das für ein Typ? Wie würden Sie den charakterisieren, was zeichnet denn aus? Er ist 33 Jahre, ganz ein junger Politiker, Wird er Ihrer Meinung nach auch in Ihre Fußstapfen treten und früher oder später dann auch einmal über den Allberg kommen in Richtung Wien? Ich traue dem Christoph Pitschi sehr, sehr, sehr viel zu. Er ist blitzgescheit, ist nicht vordrängend, er hält sich lange zurück, überlegt, er findet auch wohl überlegte Worte zu schwierigen Sachthemen, argumentiert die gut. Mir hat der Wahlkampf ganz besonders gefallen diesmal und wir werden von Christoph Pitschi, glaube ich, noch viel hören, aber zuerst jetzt einmal im Vorarlberg und dann schauen wir weiter.